Mal nachgefragt, was waren so deine größten Missgeschicke oder Fehler oder wo ist auch mal was richtig mega schief gelaufen beim Sex? Hast du da solche Sachen, die du einfach erlebt hast? Und wenn ja, was ich mal vermute, weil bei niemandem läuft es ja perfekt, wie bist du damit umgegangen? Klar, dass ich mal keinen hochbekommen habe, natürlich, sowas ist mehrfach passiert, um Gottes Willen, dass ich zu schnell gekommen bin, habe ich ja vorhin erzählt, habe ich schon erzählt, das hatte ich auch schon mal, ich habe schon mal beim Fingern, habe ich auch schon mehrfach erlebt, dass ich eine Frau zum Squirt gebracht habe und da kam ein bisschen Kacke mit, um es mal so auszudrücken, was ja auch ein weider Moment ist, das war jetzt nicht ein Fehler oder irgendwas meinerseits, aber es ist halt so schon so, huh, okay, weird, ich hatte glaube ich einmal Dirty Talk, wo sie zu mir meinte so, finde ich gerade überhaupt nicht geil, so, klar, das ist einfach dann rausreißend in dem Moment, also solche Dinge sind passiert, ist jetzt nie was passiert, wo ich, wo ich jetzt irgendwie keine Ahnung, eine öffentliche, ich schon vierte Meinung oder sowas, also jetzt nie so, ich habe jetzt nie in der Küche oder so Sex gehabt oder sowas, das gab es nie, ich glaube ich hatte mal vor einer Küche rumgemacht. Ich hatte mal in der Küche Sex. Ja. Ja, ja. Geil, super. Einmal, einmal, einmal die Sünde, die Gure Sünde begann. Und das Spannende ist, du fragst ja von wegen, wie bin ich damit umgegangen und jetzt kommt nämlich für mich schon der Schluss daran, damit auf der Frage, was ist mal sexuell schief gelaufen, würde ich jetzt einfach intuitiv sagen, viel zu wenig. Also das ist eigentlich, das meiste ist immer, immer sehr, sehr geil gelaufen und selbst das, was sozusagen schief gelaufen ist, ich muss schon anfangen darüber nachzudenken, weil ich glaube, in aller Regel bin ich damit so locker und entspannt rumgegangen, dass sich das für mich gar nicht als eine negative Episode abgespeichert hat. Deswegen muss ich überhaupt erst mal darüber nachdenken, so, wann ist denn was schief gelaufen? Ja klar, ich habe mal keinen hochbekommen. Aber für mich war das nie traumatisch, das war nie so ein, also ich habe mich einfach mit Sex auseinandergesetzt und mit mir selber, ja, das ist ja die ganze Arbeit, Männlichkeit stärken, das ist eine Auseinandersetzung mit dir als Mann, mit anderen Männern, um mehr in sich zu ruhen. Und ich glaube, das habe ich einfach sehr, sehr stark in mir drin, dass ich da von so einer Form von Fehler oder so mein Ego nicht angekratzt ist, sondern so, ja gut, es ist halt menschlich, Punkt. Und dementsprechend muss ich halt lange suchen nach solchen Fehlern, also wo ich wirklich sage so, oh, das war mir jetzt aber peinlich oder so, ja, oder so pupsen in meinem Sex oder so Zeug, so, ja, so what? Abfedern, wenn eine Frau pupst, ist sozusagen die beste Reaktion so, ah, du bist schön, wie entspannt du bist, gar kein Problem, sowas in der Art. Also das Pupsen ist ja so ein Beispiel von, ah, okay, sie ist so entspannt, dass sie so locker lässt. Mir fällt gerade ein, vor kurzem habe ich einen Krampf bekommen, also ich bin so, ich bin gekommen und in den, also ich habe schon gemerkt davor so, dachte ich mir so, noch nicht, noch nicht und dann bin ich gekommen und dann kam so der Krampf hoch, richtig so habe ich verkrampft und ich so, sorry, habe rausgezogen, habe mich so neben das Bett gehockt, habe irgendwie sozusagen so, die Stellung eingenommen, damit der Krampf, ich meine, ich glaube, Wader war das, Oberschenkel oder Wader war das, damit der Krampf endlich weggeht und sie so, was ist denn mit dir los? Ich so, Krampf, Krampf, Krampf oder was bei mir früher sehr, sehr typisch war, ist tatsächlich, wenn ich mit einer neuen Frau zusammengekommen bin, dass ich erstmal keinen hochbekommen habe oder generell, das ist so vollkommen normal für mich, dass ich so beim ersten Mal Sex jetzt nicht die dauerpralle Erektion, die habe, weil ich mich einfach so, oh, wer ist das? Ich fühle mich noch viel zu unsicher, so, okay, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, also das ist ja, das ist ja noch da und was ich merke dabei ist halt einfach zu kommunizieren, hilft extrem viel. Ich habe noch keine einzige Frau erlebt, die auf die Aussage, das passiert bei mir beim ersten oder zweiten Mal vollkommen normal, irgendwie negativ reagiert hat und auch so einmal so einen halben Penisbruch, da habe ich einmal irgendwie falsch oder sie hat sich irgendwie so bewegt, und auf einmal ich so, ah, und oh mein Gott, also das sind schon lustige Sachen, die passieren. Also was mir halt auch mal passiert ist einfach beim harten Doggy-Style, dass ich dann so, flupp, ins falsche Loch, das, also für mich war das jetzt keine schlimme Sache, logisch, aber für sie war das schon sehr schmerzhaft in dem Augenblick, ne, ganz klar. Also ich meine, das sind halt Fehler, ja, die passieren, so, und, ähm, also was, was, was mir sozusagen am stärksten in Erinnerung geblieben bei, bei sexuellen Dingen, ist, dass ich mal, und ich kann, also, auch der mit, mit dem falschen Loch oder das mit dem, also, Loch ist auch sehr schön, oder mit dem, oder, dass auch beim Dirty Talk irgendwas nicht schiefgelaufen ist und so. Also ich habe mit den Frauen insgesamt immer noch Kontakt, also die sind halt nicht so, die waren, also es gab nie den Moment, dass sie so, nie wieder, tschüss, verpiss dich, sondern es so, dadurch, dass ich halt locker und entspannt damit umgegangen bin, war sich das halt immer eingewoben, ne, genauso auch, so, sag mal, das ist ja das Ding, sag mal, ich gehe jetzt voll in meinem Dirty Talk Film nach und sie sagt so, ey, was ist das für eine kranke Scheiße, ähm, da könnte es halt schon natürlich sein, dass ich das interpretiere als, oh mein Gott, ich bin furchtbar, ich bin schlecht, oder für mich war es halt in dem Fall, okay, schade, ich habe es in dem Augenblick gefühlt, so, ich dachte, das wäre halt so der, der Modus gerade, aber meine Sexualität basiert nicht auf diesem Dirty Talk Film, den ich gerade nachgegangen bin, sondern die ist mehr und dann merke ich so, okay, gut, das spricht uns jetzt hier gerade nicht an oder dir hier spricht es nicht an, alles klar, wechsle ich auf einen anderen Film, ich bin halt einfach flexibel, was das angeht und ich glaube so, also das ist quasi auch der große Unterschied zwischen Fetisch und einer normalen Sexualität, ne, wenn du halt eine bestimmte Richtung brauchst, um zu deinem Höhepunkt zu kommen, dann bewegst du dich halt in eine Fetischrichtung unterwegs, ähm, und das ist halt bei mir nicht gegeben, es ist so, ja, okay, es gibt verschiedene Qualitäten von Sex, und da kann ich mich rummeandern, ich hatte es zum Beispiel auch mit einer Frau, die kannte ich schon länger, die wusste nicht, die wollte, also die mag es eigentlich sehr wild und harten Sex, ja, einfach so, wo es halt ordentlich zur Sache geht und ich bin jetzt auch nicht der krasseste Ficker aller Zeiten, um das mal so auszudrücken, aber ich bin halt schon ein dominanter Typ, ja, ich bin groß, ich bin stark und so weiter und so fort, ähm, und wir hatten halt Sex und ich hab die ganze Zeit gedacht, die hat grad den Spaß ihres Lebens, oh, true story, und mit einmal check ich, dass sie heult, also sie weint gerade, und ich war so, hä, also ich hatte auch schon mal so ein Heulorgasmus, also wirklich so, das, das hab ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass Frauen tatsächlich kommen und dabei weinen, also das hab ich auch schon erlebt, äh, aber das war bei ihr auf jeden Fall nicht der Fall, also, sondern so, ey, es war so, ey, ist alles okay gerade, und sie hat gesagt so, nee, nee, ist gerade total schlimm für sie, also für sie war das jetzt so völlig der falsche Ton, also für das falsche Rhythmus, das war für sie grad, und da hab ich halt natürlich sofort aufgehört und so, hä, was ist denn, was brauchst du denn gerade, für sie war es einfach so, ich will einfach nur gerade gehalten werden, also so komplett ein anderes Ding haben, und mit der bin ich heute immer noch bestens befreundet, ja, also es war einfach so, okay, ja, da hat einfach die Kommunikation nicht gestimmt, und ich hab dann so, ich mach mir dann auch keine Platte darüber, dass du so, ja, okay, mach jetzt keinen Vorwurf, sondern ich nehm jetzt halt das Mindset, was würde mein Sexgott in diesem Augenblick tun, ja, der würde einfach wieder da sein, beim Gegenüber, und dafür sorgen, was einfach das Schönste ist, was gerade gebraucht wird, und genau dem folge ich dann halt einfach aus, und deswegen fällt mir sowas erst ein, wenn ich wirklich lange darüber nachdenke, was gab es für sexuelle Missgeschicke, Fehlkommunikation, also deswegen war es einfach für mich gar nicht so, als etwas Schlimmes in Erinnerung bleibt, sondern es ist so, das ist halt passiert, wenn man sich auslebt, und solange da eine gewisse Kommunikation und Verbindung da bleibt, und man da emotional gut mit umgehen kann, ist es selten was wirklich Schlimmes. Und das ist Vielen Dank.